Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Horizon Zero Dawn, meine lieben Freunde. Wir sind auf dem Weg zu so einem Fragezeichen, da wollen wir mal wissen, was das ist. Ist das eine neue Mission oder ist das ein krasser Schatz oder was ist da los? Ist doch hier, ne? Ne, ist zu früh. Wir müssen auf den Weg weiter. Bleib stehen. Hier ist immer was los im Tierreich. Hier rein? Gut. Ja. Das nehme ich lieber mit. Also Metallblume und Fragezeichen sind wir eigentlich genau drauf. Oh, guck mal, der Himmel. Auch nicht schlecht. Tja, was heißt dieses Fragezeichen, Freunde? Die Metallblume sehe ich jetzt auch nicht. Hm. Oh, man kann nicht zoomen, ey. Das nervt mich ein bisschen. Ist schon wieder zu weit. Alter, ich müsste genau drauf gucken auf die Sachen. Was ist denn das? Das ist unter mir, oder was? Das ist unter mir. Okay, da muss ich vielleicht in die Ruinen rein. Aber wo ist davon der Eingang? Hier. Oh, oi, oi. Es sind die Ruinen, wo wir gestartet sind, richtig? Oh, die Fledermäuse gibt es auch noch. Ich erinnere mich. Da waren wir ja ein kleines Kind, als wir hier waren. Aber was finde ich jetzt hier bitte? Da. 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 Nee, der erschreckt mich nicht mehr. Hätte der gerne, aber ist nicht. Hier ist der Dude. Von dem haben wir unseren Ohrlaptop, ne? Wo geht es jetzt nochmal zu dieser Metallscheiße? Ich frage mich, ob ich da reinkommen kann. Jetzt, wo ich älter bin. Okay. Okay, das ist doch immer schon mal neu. Ich glaube, hier hat mich die Hoffnungssus verlaufen wieder mal. Wenn ja einfach alles wieder gleich aussieht. Hier ist noch ein Duder. Was ist das? Ist das was? Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie viel im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Jana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgend... Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Ich weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außerdem niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte. Aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier jetzt schon waren oder nicht. Kommt mir jedenfalls bekannt vor. Hat jede Leiche jetzt sowas? Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Löt. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. Die Erde wird sich bald auflösen. Wie Schnee. Ey, waren wir doch, oder nicht? Die Sonne aufhören zu... Und vielleicht ist das alles, was ich brauche. Weißt du? Als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden hast in diesen Retroklamaten und mit diesem Lächeln. Was denn? Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat und echt stark. So. Okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßes seist du Maria. Hier geht's wieder raus. Wollte ich aber doch nicht. Och Mann. Wo bin ich denn zu diesem bekackten Scheiß? drin wird mir schlecht irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist mir zu... Eng oder was? Das ist gleich aus. Ich rand nochmal zu der einen Leiche hier hinten. Die hat er bestimmt auch irgendwie... Scheiß. Ja, natürlich nicht. Einzige Leiche, die nichts hat. Und dann leckt mich doch am Arsch. Wie komme ich hier rein? Das ist doch massig Loot. Das ist doch massig Loot. Tödeln können, oder nicht? Dödeln können, oder nicht? Ja, sicherlich. Das ist ja. Da kann ich nix mitmachen. Das ist blöd hier. Nichts gebracht hier runter oder was? Wieso halte ich mir die ganze Zeit irgendwie meinen Ach, weil ich ziemlich verletzt bin deswegen. Jetzt wird mal der Leiche. Und diese blöde Blume ist hier hinten irgendwo. Boah, ich hasse es hier drinnen. So derbe, ey. Ganz ehrlich, das ist so richtig scheiße. Also hier sind wir hergekommen. Und da müssen wir hin. Da ist es. Aber wie? Aber wie? Aber wie? Boah, man kann die einfach mit dem Speer kaputt machen. Ich bin auch in Trottel, ne? Die Muster auf dieser Blume sind seltsam. Was für ein Notizbuch denn jetzt? Ach du Scheiße. Sammelobjekte. Ach du Scheiße. Kann ich nicht mal mitmachen? Ach leck mich. Könnte ich jetzt verkaufen oder was? Hey guck mal. Ich habe ja wohl schon neue Maschinentypen da kennengelernt oder nicht. Ich habe doch schon hier Sägezahn und was weiß ich was. Klünderer, Sägezahn, Verderber, Graserläufer. Wo sind die denn alle? Warum sind die denn nicht aufgezeichnet? Verstehe ich nicht. Wächter mit Präzision in den Augen. Ja, easy. Ach Gott, dieser scheiß Speer. Ich vergesse den dann aber auch manchmal. Wollen wir nochmal zurück, da waren ja noch weitere Räume. Boah, bück dich. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr wo ich bin leider. Ja. Also hier sind wir ja gerade. Hier hinter auch. Ja. 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 Könnt ihr euch gerne durchlesen Macht einfach einen Screenshot Oder macht Pause, so rum Ich lese es jetzt nicht Der ist mir jetzt zu viel Äh Ah, guck mal Ich habe Gesundheit und Genesungstränke 3 von 3, nicht schlecht Soll jetzt aber raus hier, oder? Ich glaube, jetzt haben wir alles Doch, hier ist es richtig, ne? Bitte, bitte, bitte Spiel, lass es nicht solche Räume geben Noch viele Oder solche Wie sagt man? Dungeons Das ist einfach nur Ich weiß nicht, warum Vielleicht aber auch, weil ich heute so viel gespielt habe So insgesamt Durchaus möglich Ich weiß nicht, warum ich gerade diese Ich weiß nicht was, Artemapor Ich weiß nicht, warum es aber auch Ich weiß nicht, warum ich gerne mache Du hast Seite B povo wo Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich bin jetzt nicht hier komplett wieder runtergefallen, oder? Ach, es gibt sogar eine Map. Was heißt das? Komisch, hier kann ich sogar zoomen. Ich würde gerne erklärt haben, was hier ist. Was ist das? Ist das ein Treppenhaus? Ich gehe hier raus. Ist das hier eine Leiter? Nee, ne? Das ist der Abfall. Oh, nervt jetzt nicht hier. Wir gehen jetzt noch hier raus. Alter, was ist denn hier? Oder war es das? Reicht mir jetzt. Oh, man bleibt hier aber auch überall hängen. Das ist so nervig. Warte mal, hier ist das. Ah, okay. Jetzt Treppenhaus. Das ist jetzt Treppenhaus. Hier müsste auch Treppenhaus sein. Jetzt sind wir von da nach hier, gehen hier runter. Wie verändert sich denn dann eigentlich die Map? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt nach da und dann raus, oder? Aber wie? Aha. Oh Gott. Ein Glück. So, was ist jetzt? Hier ist auch nichts mehr jetzt. Oh. Ja gut, Leute. Das war ein Trip. Das war ein Trip. Ich sage tschüss. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Brenny.